weiter geht's im projekt holzhaus selber bauen nummer ich weiß gar nicht mehr welche und was ich jetzt angefangen habe das seht ihr gleich nach dem intro wie ihr sehen könnt beim letzten mal hier alles dicht gemacht ja meine freundin hat schon dekoriert angefangen zumindestens aber worum es in diesem video geht ist jetzt hier die fenster werden jetzt vorbereitet bzw die konstruktion die vorkonstruktion für die fenster ja wie habe ich das gemacht die balken einfach hier unten eingesetzt mit winkel hier unter links rechts angesetzt und dann eine strebe rein gesetzt dann habe ich das fenster eingebaut oder reingehalten und die zweite strebe die hier dann ist direkt dicht dran gesetzt weil mit messen ja klappt das manchmal nicht ganz genau und die fenster die müssen schon ganz genau passgenau auf jeden fall eingesetzt werden so haben wir das gemacht und ja wenn man solche arbeiten macht dann sollte man das auf jeden fall zu zweit machen weil das ist dann doch ein bisschen schwierig alleine hin zu bekommen das wird jetzt noch gestrichen das wird auch natürlich weiß gestrichen und die fenster müssen auch noch vorbereitet werden die werden da hier passgenau nur eingesetzt ich werde hier wenn ich das jetzt zu mache auf dieser seite diese seiten werden ja von außen zu gemacht an der fenster öffnung ein wenig überstehen lassen ungefähr vielleicht einen halben zentimeter hier sind die rahmen ich bin jetzt gerade dabei die seiten zu zu machen bis da bin ich jetzt gekommen dann hat es angefangen zu regnen jetzt mache ich weiter das wetter wird besser hier sollen daher die fenster rein und auf dieser seite eben genauso da kommen dass da kommt das fenster rein und diese seiten und da hinten die seite das wird dann auch dicht gemacht so noch mal von weitem gezeigt von der innenseite ist ja nichts spektakuläres aber ich habe das bis hier oben hochgezogen und hier vorne soll ja nachher hier und hier soll eine art ja kleines geländer aber mehr als zierde das werde ich auch noch anbauen und wenn ich die seiten alle dicht gemacht habe dann schließe ich diesen teil des videos erst mal ab mittlerweile habe ich jetzt alles dicht gemacht ein kleiner nachtrag noch mal ich habe das mit den fenstern etwas geändert und das zeige ich euch jetzt einmal ganz kurz zwar hatte ich hier gesagt ich will das hier ein bisschen überstehen lassen so dass das fenster was ich einsetzen will hier gegen schlägt das habe ich widerrufen das werde ich jetzt so nicht machen ich habe das jetzt hier bündig gemacht wie ihr das sehen könnt komplett hier anlegen lassen das heißt das fenster wird ungefähr so zwei drei millimeter hier raus gucken so wird das nachher angebaut das sieht optisch viel besser aus da haben wir uns dann so entschieden aber auf jeden fall sind jetzt erst mal die wände drin das zeige ich euch erst mal von weiten ja die panel stehen immer noch da ich weiß immer noch nicht wohin aber ansonsten sieht es so aus jetzt hier nochmal so schließlich aber dieses diesen teil des videos ab bis hierhin ist alles fertig und jetzt kümmere ich mich um die fenster und wenn ihr sehen wollt wie es weitergeht dann bleibt dran und wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin sage ich tschau euer mike